Heute gucken wir uns CSS-Selektoren an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS bzw. um CSS-Selektoren. Einige von euch haben das unter die Videokommentare geschrieben und ein paar haben mich auch auf Discord angeschrieben, dass sie nach diesem CSS-Bewerbungsfragen-Videos gerne ein bisschen mehr zu diesen ganzen Attributen bzw. zu CSS-Selektoren hören wollen. Deswegen gibt es heute noch einmal einen Crashkurs von mir. Ich habe dazu schon einmal ein Video gemacht. Deswegen ist dieses ein bisschen anders aufgebaut. Es ist weniger Theorie als mehr so ein kleines Challenge-Spiel quasi. Ich habe hier zehn Szenarien vorbereitet, wo ihr selbst entscheiden müsst, okay, wie würdet ihr dort etwas selektieren? Und ich werde dann meine Antwort im Nachhinein präsentieren. Was heißt, es sind quasi zehn kleine Aufgaben, die ihr jetzt bearbeiten könnt. Und schreibt doch mal unten in die Videokommentare, wie ihr dabei abgeschnitten habt. Ansonsten werden wir jetzt direkt loslegen, wie immer, wenn Fragen, Probleme oder Kritik ist. Das ist unten im Videobeschreibung des Discord. Ansonsten, ja, gehen wir gleich los. Viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit der ersten Aufgabe. Ihr seht hier in der Seite schon so ein paar blaue Boxen. Das habe ich hier mit dem bisschen CSS gestylt. Und hier in der Seite haben wir einige Div-Container, einige Span-Elemente und einige davon haben die Klasse Muster-Class. Eure Aufgabe ist es jetzt, gibt jedem Span-Element mit der CSS-Klasse mit der Bezeichnung Muster-Class einen roten Hintergrund. Die Lösung zu dieser Aufgabe ist ziemlich simpel. Und zwar haben wir hier in der Seite ja schon Span-Elemente und wir haben Muster-Klasse. Was heißt, wir müssen definitiv irgendwas mit dieser Klasse Muster-Class machen. Was heißt, wir sagen Punkt Muster-Class, um das zu selektieren. Und was wir machen sollen, ist ein roter Hintergrund. Was heißt Background Color und sagen hier einfach Red. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier drin habe, dann sind hier vier Elemente rot. Das ist nicht korrekt, weil wir haben hier vier Elemente mit Muster-Class, die wir jetzt alle ansprechen und die wir jetzt alle rot färben. Das ist natürlich nicht das, was die Aufgabe wollte, sondern die Aufgabe wollte explizit nur Span-Elemente. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, hey, ersetzen wir doch hier Muster-Klasse durch Span, aktualisieren das mal. In dem Moment habe ich hier drei rote Div-Container, nämlich einmal diesen, einmal den hier oben und einmal den ganz oben. Aber auch nur zwei davon haben Muster-Class. Was heißt, auch das wäre keine korrekte Aussage, beziehungsweise Antwort, sondern wir müssen das Ganze verketten. Was heißt, wir sagen Span.Muster-Class. Was heißt, alle Span-Elemente mit der Klasse Muster-Class sollen einen roten Hintergrund kriegen. Wenn wir das jetzt abspeichern und aktualisieren, haben wir hier nur noch zwei rote Elemente. Wir haben nur zwei Spans mit der Klasse Muster-Class. Was heißt, das ist die korrekte Antwort. Und so könnt ihr ziemlich einfach bestimmte Container selektieren, wenn sie einen Typ und eine Klasse haben, die ihr haben wollt. So, Aufgabe 2 ist noch deutlich kompakter als Aufgabe 1. Und zwar haben wir hier fünf Elemente, zwei Strong und drei normale P-Elemente mit ein bisschen Text drin. Der Text interessiert uns nicht wirklich. Ihr seht hier an der Seite, wie das Ganze aussieht. Und wir wollen jetzt das letzte Strong-Element selektieren. Und eure Aufgabe ist es daher, gibt dem letzten Strong-Element eine rote Schriftfarbe. So, die Antwort zu dieser Aufgabe ist ziemlich simpel. Und zwar sagen wir hier einfach wieder unser Strong. Was heißt, wir wollen alle Strong-Elemente selektieren als erstes. Dann sagen wir ein Pseudo-Selector und sagen hier Last of Type. Was heißt, wir wollen das letzte Strong-Element in unserer HTML-Seite selektieren. Und das Ganze können wir jetzt einfach anpassen. Was heißt, wir sagen jetzt hier Color Red. Speichern das Ganze ab, aktualisieren und haben hier rot gestylt. Und das ist auch egal, wenn wir jetzt beispielsweise hier das Ganze kopieren und noch zweimal einfügen und das Ganze aktualisieren. Dann wird immer nur das letzte Strong-Element auf der Seite selektiert. Und das macht dieses Last of Type. Es gibt auch noch andere Beispiele, wie beispielsweise First of Type oder NTH of Type und so was. Was heißt, ihr könnt damit bestimmte Elemente in einer bestimmten Reihenfolge oder Position auf eurer Seite selektieren. So, und weiter geht's mit Aufgabe 3. Und zwar haben wir hier sechs Diff-Container. Hier habe ich ein bisschen CSS geschrieben, dass das Ganze wieder so blau aussieht wie hier an der Seite. Und eure Aufgabe ist es jetzt, gibt jede Row mit einer geraden Nummer einen roten Hintergrund. So, die Lösung zu dieser Aufgabe ist ziemlich simpel. Und zwar sagen wir hier einfach nur, wir wollen alle Diff-Elemente selektieren. Sagen hier wieder ein Pseudo-Selector mit Doppelpunkt und sagen hier NTH-Shild. Und sagen hier einfach Even. Was heißt, wir wollen jetzt alle geraden Elemente, also alle Elemente, die einer geraden Nummerierung entsprechen, quasi auswählen und einen Hintergrund geben. Und zwar in unserem Fall Background Color Red. Das Ganze speichere ich jetzt ab, wird jetzt hier selektiert. Und ihr seht hier Row 2, Row 4, Row 5, äh Row 6 sind rot. Und das geht auch endlos so weiter. Das heißt, selbst wenn ich das hier jetzt einmal mal kopiere und hier einfüge, seht ihr, es fügt sich immer wunderbar ein. Und das durch kann man das Ganze auch umdrehen, nämlich einfach mit Odd. Dann haben wir alle ungeraden selektiert. Aber entweder hat noch ein paar mehr Features, die wir uns jetzt in Aufgabe 4 angucken. So, Aufgabe 4 ähnelt Aufgabe 3 im Prinzip sehr. Und zwar haben wir hier wieder unsere Rows. Auch das hier ist identisch. Und wir haben jeder Seite wieder die Punkte. Eure Aufgabe ist es jetzt, gebe der vierten Row einen roten Hintergrund. So, die Lösung zu Aufgabe 4 ist ziemlich simpel. Und zwar sagen wir einfach wie gerade eben, wählen wir wieder NTH-Schalt aus und sagen hier einfach 4. Das heißt, wir wollen das vierte Element ansprechen und können jetzt hier einfach wieder sagen, Background minus Color ist Red. Das Ganze speichern wir ab, aktualisieren. Hier ist die Row 4, ist rot. Und damit haben wir im Prinzip die Aufgabe schon erledigt. Und ihr könnt natürlich hiermit nicht nur 4 selektieren, sondern jede Nummerierung. Was heißt, wenn ihr beispielsweise bestimmte Punkte ansprechen wollt oder sowas, geht das wunderbar. Ihr könnt damit auch noch viel mehr machen. Allerdings reicht das erstmal für NTH-Schalt, um so die Basics zu verstehen. So, mit Aufgabe 5 wird es jetzt etwas interessanter. Und zwar haben wir hier sechs Diff-Container mit jeweils einem Data-Attribute mit der Bezeichnung Kategorie. Und hier ein Array, beziehungsweise einfach mehrere Strings. Zum Beispiel Travel, Nature, Sun, Nature, Sun, Travel, Nature, Sun, Travel. Das heißt, wir haben hier einfach einige Strings hin. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es drei, manchmal könnten es vielleicht auch 20 sein. Und eure Aufgabe ist es jetzt, gebe jedem Diff-Container mit der Kategorie Travel einen roten Hintergrund. So wie viele von euch wollten, wollten wir ein bisschen was mit dem sogenannten Attribute-Selector machen. Das heißt, wir sagen jetzt Diff, Klammer auf, Klammer, also eckige Klammern auf, Klammer zu. Und das Erste, was wir machen, wir müssen natürlich jetzt ein Attribute aussuchen. In unserem Fall ist das Data-Category. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen, zack, Doppelpunkt, also Anführungszeichen, sagen hier Travel. Das heißt, wir wollen Data-Category, wenn Travel ist. In dem Moment, wenn ich das jetzt aber mit Background-Color-Red selektiere und hier aktualisiere, werden zwei Boxen rot. Aber ihr seht hier oben schon, wir haben hier dreimal Travel hinterlegt, beziehungsweise, ja, dreimal und hier wird nur zweimal selektiert. Woran liegt das? Weil dieser Vergleich gerade dafür guckt, dass dieses Attribut wirklich nur Travel beinhaltet. Und das ist nur zweimal der Fall. Wir wollen aber, egal wann da Travel benutzt ist, wollen wir das verwenden. Aber das Entscheidende ist, auch wenn hier sowas drin steht wie Air-Travel, wollen wir, dass das Ganze nicht anschlägt. Was heißt, in dem Moment sollen nur das hier, wenn das wirklich Travel ist und nicht, wenn das irgendwo in einem String vorkommt. Was heißt, es gibt diesen schönen Ungefähr-Operator. Und wenn wir den hier einfügen und aktualisieren, haben wir hier oben auch nur Travel selektiert. Weil der sagt, okay, ein ganzer String, ein Element eines Strings, wie hier Travel muss, wirklich dementsprechend, wenn ich jetzt mit dem Sternchen arbeiten würde und aktualisiere, würde nämlich auch Air-Travel genutzt werden, weil das auch innerhalb eines Strings sucht. Was heißt, solange hier irgendwo in einem String Travel drin steht, wird es anschlagen. Und deswegen ist das Richtige für unsere Aufgabe, dieser Ungefähr-Operator, weil wir wirklich nur eine volle Kategorie auswählen möchten. Und hier ein kleiner Tipp, falls ihr sowas wirklich mal habt, weil das ist zum Beispiel ein klassischer Fall, den man relativ häufig hat. Wenn sowas hier aus der Datenbank kommt und mit Kommas getrennt ist, dann funktioniert das hier nicht mehr. Das heißt, entweder müsstet ihr dann per Hand das Komma entfernen oder ihr könntet es auch etwas komplexer selektieren. So, Aufgabe 6 wird wieder etwas komplexer, beziehungsweise nicht wirklich komplexer, aber einfach ein bisschen interessanter. Und zwar haben wir hier drei P-Tags und einen Diff-Container mit der Klasse Container. Den haben wir hier gestylt, der so blau ist, dass man sieht, dass da irgendwas ist. So, eure Aufgabe ist es jetzt, gebe allen P-Elementen, die nach der Klasse Container kommen, eine rote Schriftfarbe. Lösung zu diesem Problem ist genauso simpel, wie sie sich anhört. Und zwar können wir einfach sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall erstmal irgendwas mit der Container-Klasse selektieren. Und wir könnten jetzt überlegen, okay, wie können wir jetzt etwas selektieren, was danach kommt. Und das ist wieder ziemlich einfach und zwar benutzen wir einfach wieder diesen schönen ungefähr-Operator und sagen P. Und damit haben wir im Prinzip alle P-Elemente selektiert, die nach einem Container, beziehungsweise nach der Container-Klasse kommen. Und können jetzt hier sagen, color red. Zack, speichern ab, aktualisieren. Diese beiden sind rot, der hier oben nicht, weil der vor einem Container ist. Und diese beiden sind hier nach unserer Container-Klasse. Und wir können das natürlich nicht nur eine Klasse sein lassen, sondern auch sowas wie ein Diffbox. Dann würde das hier genauso funktionieren. Und wir könnten damit arbeiten, wie wir Lust und Laune haben. So, die siebte Aufgabe ist eine Aufgabe, die wirklich so in der Wirtschaft auf euch zukommen wird. Und zwar habt ihr hier drei verschiedene P-Elemente. Diese haben jeweils ein Language-Attribut, einmal Englisch, Französisch und Deutsch. Und eure Aufgabe ist es jetzt, selektiere alle englischen Texte und gebe ihnen eine rote Schriftfarbe. Wir haben hier wieder einen klassischen Fall für unser sogenanntes Attribute, unseren Attribute-Selector. Das heißt, wir sagen im Prinzip als erstes einfach P, sagen hier Klammer auf Klammer zu und sagen hier einfach lang, gleich und dann en. Und können jetzt hier sagen, color red. So, jetzt haben wir das oben rot gefärbt und man könnte denken, wir haben die Aufgabe korrekt erfüllt. Aber nein, haben wir nicht. Das heißt, ich habe gesagt, alle Texte. Und Texte müssen ja nicht unbedingt in einem P-Text stehen. Das heißt, wir können das auch einfach rauslöschen. Das heißt, unser Attribute-Selector, wie wir es hier haben, funktioniert auch ohne, dass ihr das auf eine Klasse oder auf ein HTML-Element bezieht. Und wenn wir das jetzt hier drin haben, haben wir im Prinzip hello selektiert. Aber auch wenn wir jetzt hier unten beispielsweise einen span hätten. Ups, das wollte ich nicht. Span. So. Warum macht es nicht? Span, sagen hier Test und wählen jetzt hier beispielsweise auch das language-attribut aus und aktualisieren hier. Dann wird auch Test rot gefärbt. Was heißt, das hier ist ein sehr, sehr praktischer Trip, falls ihr mal in irgendeiner Form eine Sprache verwenden solltet, die anders als die lateinischen Sprachen funktionieren. Was heißt, wenn ihr zum Beispiel Sprachen habt, die eine besondere Schrift brauchen, aber auch Sprachen habt, die nicht wie Deutsch von links nach rechts laufen oder Englisch oder Spanisch oder Französisch oder so, sondern die von rechts nach links laufen, also einfach spiegelverkehrt sind. Oder wie gesagt, einfach andere Schriften benötigen wie Arabisch, Chinesisch und alle anderen Sprachen, die halt andere Alphabete haben als wir. So, Aufgabe 8 ist nochmal ein bisschen tricky, beziehungsweise einfach nochmal ein bisschen eine kleine Falle für euch. Und zwar haben wir hier einige P-Elemente und einige Diff-Boxen mit Container oder Container B. Eure Aufgabe ist es jetzt, gebe dem ersten Buchstaben jedes Paragraphs, dessen direkter Parent-Container die Klasse Container hat, eine rote Farbe. So, okay. Das war jetzt ein bisschen, naja, verschachtelt, sage ich mal. Als erstes müssen wir jetzt zumindest mal irgendwas mit dem Paragraph machen. Das heißt, wir sagen zumindest erstmal P und dann sagen wir wieder ein Pseudoselector, nämlich Doppelpunkt und sagen hier First und dann haben wir hier nämlich schon Letter. Was heißt, wir sagen jetzt schon mal hier Color Red. Damit ist schon mal ein Teil unserer Aufgabe erfüllt und wir haben jetzt hier unseren drei P-Text, die wir hier haben, jeweils ein rotes H als ersten Buchstaben gegeben. Und das ist schon mal korrekt. Aber das Ding ist, wir wollen jetzt ja nur die P-Elemente selektieren, deren direktes Elternteil quasi die Klasse Container besitzt. Wir könnten jetzt hingehen und sagen zum Beispiel hier Punkt Container und verschachteln das. Das heißt, jetzt haben wir hier die Klasse Container ausgewählt, hier eingefügt und verschachtelt. Was heißt, wir sagen jetzt, okay, alle P-Elemente und da jeweils der erste Buchstabe in der Klasse Container sollen rot gefärbt werden. Wenn ich das jetzt hier aktualisiere, verschwindet schon mal der obere und die anderen beiden sind hier direkt drin. Aber hier unten seht ihr, dieser P-Tag, da ist nicht das direkte Elternelement, ist nicht Container, sondern Container minus B. Was heißt, diese Aussage so ist falsch, weil wir hier beide selektieren, wir aber eigentlich nur dieses, beziehungsweise nur diesen P-Tag hier selektieren wollen. Und wie können wir das Ganze lösen? Und zwar haben wir noch einen weiteren Selector, so eine kleine Hilfe quasi. Und zwar können wir hier nämlich jetzt einfach sagen, wir nutzen das Größe-als-Zeichen und sagen Container. Und nur wenn der P-Tag im Prinzip direkt nach einem Container kommt, beziehungsweise in einem Container ist, wird er angesprochen. In dem Moment, wenn ich das jetzt aktualisiere, seht ihr hier, wir haben nur noch den P-Tag, den wir selektieren wollen, auch wirklich selektiert. Und haben hier das Haar rot gefärbt. Damit könnt ihr quasi sicher gehen, dass ihr solche Verschachtelungen nicht unbedingt verwenden müsst. Und dass das im Prinzip trotzdem funktioniert und nicht alles anspricht, was irgendwann mal als Parent vielleicht eine bestimmte Klasse hat. So, mit Aufgabe 9 wird es jetzt nochmal etwas pragmatischer. Und zwar haben wir hier drei Input-Felder. Und eure Aufgabe ist es jetzt, setze alle Text-Input-Felder auf Opacity 0,1, wenn sie deaktiviert werden. So, die Lösung zu dieser Aufgabe ist relativ simpel. Und zwar haben wir hier einfach drei normale Input-Felder. Diese haben Type Text, Type E-Mail und Type Text. Hier haben wir einmal Disabled und hier oben haben wir auch einmal Disabled. Was für uns heißt, die Aufgabe entsprechend sollten wir nur das erste Input-Feld selektieren, weil das Disabled ist und den Typ Text hat. Was heißt, wir können jetzt hingehen und zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier Input, Doppelpunkt, wieder ein Pseudo-Selector und sagen hier Disabled. Hier können wir ja zum Beispiel schon mal sagen Opacity 0,1 und haben damit unsere Aufgabe erfüllt. Wenn ich das jetzt aktualisiere, seht ihr hier, die beiden werden ausgegraut. Aber Moment mal, wir haben gesagt, nur wenn wir Text, also Type Text Input-Felder haben. Und deswegen müssen wir jetzt hier hingehen und wieder mit unserem Attribute-Selector vorgehen. Und zwar sagen wir hier Type gleich Doppelpunkt und sagen hier Text. In dem Moment wählen wir einen Pseudo-Selector auf einen Attribute-Selector und hier noch auf ein HTML-Element aus. Und wenn wir das jetzt aktualisieren, seht ihr hier oben nur Vorname, also nur unser erstes Input-Feld, was vom Typ Text ist und Disabled ist, ist ausgegraut und E-Mail ist einfach nur Disabled, aber nicht ausgegraut. So, in der letzten Aufgabe 10 werden wir nochmal etwas pragmatischer arbeiten. Und zwar haben wir hier ein Input-Feld mit einem kleinen zusätzlichen Attribut, nämlich Required vom Typ Text. Was heißt, wenn ich hier irgendwas eintippe, ist das Ganze schon mal korrekt. Eure Aufgabe ist es jetzt, gebe allen Input-Feldern, die valide sind, einen grünen Rahmen. Die Lösung zu diesem Problem ist ziemlich einfach und ich wollte es mit integrieren, weil ich das eines der praktischsten Features finde und zwar sagen wir es als erstes Input und hier sagen wir wieder einen Pseudo- bzw. Pseudo-Selector und sagen hier Valid. Und mit Valid können wir jetzt nämlich einfach sagen Color Green, das heißt, wenn unser Feld valide ist, dann soll es grün werden. Wenn ich hier was reinschreibe, seht ihr, es ist valide. Genauso kann ich zum Beispiel hier dafür sorgen, dass wenn ich hier unten zum Beispiel Number habe, was heißt Input, Type, Number und sage hier Min und sage hier 5 und bin jetzt hier drin und habe zwei Felder und gebe hier 3 ein, dann ist es nicht valide. Wenn ich jetzt hier allerdings 6 eingebe, ist es valide und die Schriftfarbe wird grün und so gilt das im Prinzip für alles. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier beispielsweise wieder mit dem Attribute-Selector vorgehen und zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt bei Type gleich Number das Ganze anwenden, was heißt hier seht ihr schon, wenn ich jetzt hier eine hohe Zahl eingebe, ist das grün. Wenn ich hier oben etwas eintippe, ist das nicht der Fall, was heißt ihr könnt auch hier wieder unterscheiden und natürlich funktioniert das auch genau spiegelverkehrt, was heißt wir können nicht nur Invalid bzw. Valid, sondern halt auch Invalid mit beispielsweise Red machen. Wenn wir das Ganze jetzt aktualisieren, hier eine 3 eintippen, seht ihr es ist halt rot und wenn wir hier ganz viel eintippen, wird es schwarz und ihr könnt das natürlich auch hier wunderbar in beide Richtungen verwenden, was heißt zum Beispiel sagen, Input-Feld ist valid, das ist also green und wenn es nicht valid ist, ist es andersrum, was heißt, wenn wir hier etwas eintippen, hat es das nicht aktualisiert? So, wir tippen hier etwas ein, ihr seht schon, zack, es ist grün. Hier oben, wenn ich etwas eintippe, wird es auch grün, wenn ich hier eine zu kleine Zahl eintippe, ist es allerdings rot. Was heißt, diese beiden Selektoren finde ich unfassbar praktisch und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, wenn ihr Formulare stylt, mit diesen Selektoren zu arbeiten, sie sparen eine Menge Arbeit und helfen eurem Nutzer, euer Formular besser zu verstehen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritiken oder sowas habt unten in der Videobeschreibung, alle möglichen Social-Media-Links. Ansonsten könnt ihr dort auch den Channel unterstützen und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao! Bis dahin, viel Spaß!